Es ist ein Duell-Kanal. Einmal für hier und die andere für da. Es ist 140 Grad und hier ist es 120 Grad. Wie viel kostet diese? 150 Euro. Ja. Das ist das. Unfall. Unfall. Alles. Ja. Und wenn du fahren kannst du auch speichern wo bist du plus Kilometer. Wenn du fahren ist okay. Nachher wenn du wollen finden was ist los. Wir bringen aus den speichern hier. Ja. Das ist es. Wir machen eine Foto. Ich werde nachher treffen. Viele Kollegen brauchen diese Foto. Ja. 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 Es ist einfach so. Ja. 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 Das ist gut, ja? Ja, am besten ist es in der Nacht oder wenn du parkierst das Auto in deiner Hause und eine Person kommt ist ein Pfeiter hier oder vielleicht ist es ein Problem die Autobahn machen ein Foto für dich und du kannst das Kompläne Nein, 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 komm mal, das ist richtig das ist meine Position aber wenn du hast ein Accident das ist Proven wir bringen dies zu ja, wir gehen zurück der Sandwich kann warten für mich ok, so diese Trajekte nachher wir bringen dies Video aus ist in Internet Hallo ja ich habe viele Kollegen mit einem neuen Auto 0 Kilometer Mercedes hier wir schauen für Transport für Taxis und diese Leute du wollen die Reanalys ok, hier alles richtig wo speichern alles da? nein, speichern hier das ist die Antenna Antenna GPS ja und von dieser du kannst die Kilometer ja hier 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 wir schauen die Video in Computer ja, das ist gut ich schaue ich habe die Karte ok, nachher kann man hier ok ok, danke ok 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 ah ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020